Das T-Spec-Instrument dient zur präzisen Platzierung eines suprapobischen FR-18-Katheters über die bewährte transuretrale Rute. Der aus Edelstahl bestehende T-Spec-Harnröhrentubus mit eingebetteter Klinge wird in Harnröhre und Blase eingeführt. Die abgerundete Silikonspitze des Tubus ermöglicht problemloses Einführen. Das Schambein liegt spürbar unmittelbar neben der Tubusspitze an, sodass der chirurgische Zugangsweg optimal gelegt werden kann. Das T-Spec ist mit Positionierungsarm- und Klingenaufnahmevorrichtung ausgestattet, die genau am Instrument Tubus ausgerichtet sind. Diese Bestandteile dienen zur präzisen Kontrolle des chirurgischen Zugangswegs, damit voraussagbare und reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet sind. Was bewegen kann, werden der hintere Griff und die Vorrichtung zum Vorschieben der Klinge durch Abnahme der Schutzabdeckung und Vorwärtsdrehen des Sperrads entsperrt. Die Klinge wird vorwärts bewegt, indem der hintere Griff sanft nach vorne geschoben wird. Die Leichtgängigkeit des Klingenmechanismus gewährleistet einen präzisen und kontrollierten Schnitt von der Blasenwand zur Hautoberfläche. Es wird nach vorn geschoben, bis die Klinge im Aufnahmegehäuse eingebettet ist. Das Aufnahmegehäuse identifiziert akkurat den Austrittspunkt der Klinge auf der Hautoberfläche. Die Klinge und das Aufnahmegehäuse werden mit einer einfachen Drehbewegung entfernt, sodass nur Katheter-Bayonett-Anschlussstück und Spirale auf der Hautoberfläche verbleiben. Die Bajonett-Anschlussstück werden komplett nach vorne geschoben und der Griff wird arretiert, indem das Sperrrad in die hintere Position zurückgedreht wird. Der Klinge wird durch eine einfache Drehbewegung am Bajonett-Anschlussstück befestigt. Die Klinge wird entfernt, indem die Halterungslasche geöffnet und die Einheit vom Griff gezogen wird. An einem Skalpell erfolgt ein kleiner Hauteinschnitt neben der Spirale, um den chirurgischen Zugang zu erweitern und die Platzierung des Katheters zu erleichtern. Sperrt und die Spirale in den Tubus retrahiert. Der Griff wird so dann wieder arretiert und damit ist der Katheter bereit zum Einsetzen. Das T-Spec-Instrument wird aus dem Patienten entfernt und der Katheter an der vorgesehenen Stelle zwischen Drainageöffnungen und der Spitze des Harnröhrentubus durchtrennt. Das in der Blase- und Ballonaktivierung werden mithilfe eines flexiblen Zystoskops bestätigt. Die Präzision des Schnitts gewährleistet die richtige Lage des Katheterballons an der Blasenkuppel. Der suprapubische FR18-Katheter von Swann befindet sich nun in der korrekten Lage und ist einsatzbereit.